Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Johannes 8, Vers 12 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nachfolge ist etwas, was wir sicherlich nicht aus dem Ärmel schütteln sollen oder können, sondern wir sollen mit Ernsthaftigkeit uns bemühen, Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen, durch den Heiligen Geist uns auch leiten und führen zu lassen. Aber entscheidend ist, dass wir es nicht aus uns selbst tun. Dann werden wir scheitern. Der alte Mensch, mit dem wir immer noch leben, obwohl er vor Gott tot ist, kann Gott nicht nachfolgen und auch nicht sein Heil bewahren und darin leben. Der Geist streitet gegen das Fleisch und das Fleisch streitet gegen den Geist. Das, was Gott sucht, was sich nach ihm sehnt und durch Gottes Geist auch angetrieben wird, ist der neue Mensch. Denn er sucht Gott, er ist aus Gott und er hat Gottes Segen in seinem Herzen. In Römer 8, Vers 11-14 steht, Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und dieser neue Mensch ist kein Produkt meiner Anstrengungen, sondern etwas, was von Gott lebt und von Gott ausgerüstet wird. Was nicht von und aus Gott kommt, wird nicht überleben. Das Fleisch versteht nichts vom Geist Gottes und kann es auch nicht. Das Fleisch ist der Feind Gottes. Römer 8, Vers 7 Sicherlich habe ich Verantwortung, diesen neuen Menschen in mir, der geistliche neue Mensch, entsprechend auch zu nutzen und darauf eingestellt zu sein. Dass wir nämlich verstehen, dass dieser geistliche Mensch vom Geist Gottes lebt. Und nicht vom Fleisch, von dieser Welt, von meinem Willen, von meinen Entscheidungen, von meinen Talenten, meinen Gaben oder meinem Geld oder meinem Einfluss oder was auch immer. Der Geist Gottes in uns lebt vom Geist Gottes. Anders geht es nicht. Aber wer nun diese Nachfolge zu einer Sache von Leben und Tod macht, das Heil in Jesus entsprechend in Frage stellt, durch den Gedanken der Möglichkeit, dass ich das fahrlässig aufs Spiel setze, der lebt kein Leben aus Gott, sondern ein Leben aus Angst, aus Werkgerechtigkeit und durch Verkrampfung. Angst ist entsprechend nicht in der Liebe. 1. Johannes 4, 18 Und um die Liebe geht es letztlich. Sie ist das Höchste. Gott zu lieben ist das Höchste, was ein Mensch tun kann. Wer sich vor Strafe fürchtet, nämlich den Abfall, ist nicht so in der Liebe eingewurzelt, wie es sein könnte und eigentlich müsste und wie es auch sein darf, weil Gott das versprochen hat. Wenn man durch Buße und Glauben die Vergebung seiner Sünden empfangen hat, dann hat man sie empfangen. Es ist die vollkommene Liebe Jesu Christi, die jede Furcht aus uns heraus treibt. Wir lieben Jesus nur aus dem Grund, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, 19 Und das bedeutet, dass derjenige, der den Anfang gesetzt hat, und das ist Jesus Christus in Person, weil er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, und derjenige wird dann auch seine Liebe letztlich zum Ziel führen. Und seine Liebe ist dadurch zum Ausdruck gekommen, indem diese Liebe ans Kreuz gegangen ist, für dich und für mich und dir den rettenden Glauben daran geschenkt hat. Und das ist Gottes Werk. Und daran dürfen und sollen und können wir glauben. Und daran ändert sich auch nichts. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier steht, dass Gott das machen will. Ich will. Durch die Neugeburt haben wir einen Geist bekommen, der nicht mehr in Rebellion gegen Gott ist, sondern sich nach ihm und seinem Willen ausstreckt. Römer 8, 14. Diesen willigen Geist haben wir von Gott bekommen. Nicht immer in gleicher Kraft und gleichem Willen und Verlangen, aber doch stetig und bleibend und entsprechend auch für unseren Glauben. Dass wir daran leben, dass wir daran festhalten, dass wir ein Überwinder leben, dass wir wissen, dass wir mit diesem Gott über Mauern springen können, dass dieser Geist Gottes uns führt und leitet und letztlich in alle Wahrheit führt und sogar die Tiefen der Gottheit erforschen kann. Wenn wir nun sagen würden, dass wir diesen Heiligen Geist in uns unschädlich machen könnten, so dass wir abfallen und verloren gehen, trotzdem er in uns wohnt, dann sind wir stärker als Gott und halten auch noch zu viel von uns selbst und haben noch nicht verstanden, dass wir tatsächlich aus Gnade leben und aus Gnade gerettet wurden. Der Apostel Paulus macht dies in Galater 2,16 ganz deutlich. Dort steht, Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Das Gesetz sagt uns nur, was wir tun sollen und was vor Gott in einem gewissen Maße gerecht ist, aber es gibt uns nicht die Kraft, dies auch umzusetzen. Das Gesetz hat letztlich die Aufgabe, uns von unserer Unfähigkeit, das Gesetz zu halten, zu überzeugen. Letztlich führt Gesetzlichkeit nur in Verzweiflung und in blinden Aktionismus. William MacDonald sagte einmal, Jesus nachfolgen bedeutet, an ihn zu glauben. Viele Menschen haben diesen Gedanken missverstanden und versuchten, wie Jesus zu leben, ohne wiedergeboren zu sein. Jesus nachfolgen bedeutet, in Buße zu ihm zu kommen, sich ihm als Herrn und Retter anzuvertrauen und ihm dann das ganze Leben hinzugeben. Wer das tut, hat Leitung für sein Leben und eine deutliche und strahlende Hoffnung über das Grab hinaus. Gott segne euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!